Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Total War Attila. Ja, wir sind gerade zurück mit den Gauten und irgendwie mache ich das ständig, dass ich diesen blöden Berater ausstellen muss, warum auch immer. Habe ich eigentlich ausgeschaltet, ihr seht es ja, ich mache das immer wieder, es scheint nicht so ganz rund zu laufen. So, wir können uns mal kurz gucken, beziehungsweise ich habe mich entschieden oder mir überlegt, dass wir uns kurz mal anschauen, was wir hier gerade so haben. Also, ich habe beispielsweise ein Militärpeer, das wissen wir ja, wir könnten den rein theoretisch auch umbauen zu einem Handelspeer oder zu einem Fischerpeer. Was uns das im Prinzip bringt oder nicht bringt. Der Militärpeer bringt uns eine Artillerie-Liburne nordischer Artillerietruppen, ermöglicht uns die Rekrutierung dieser und als Garnison eine Artillerie-Liburne beziehungsweise einen nordischen Artillerietrupp, zwei Snackjagelangschiffe, zwei nordische schwere Marodüre. Wenn wir das Ganze umbauen würden zu einem Handelspeer oder Fischereipier, Handelspeer fände ich tatsächlich ein bisschen besser, weil es uns mehr Geld bringt. Das ist die Frage, ob das sich lohnt. Es bringt uns mehr Wohlstand aus Handel, mehr Wohlstand aus Seehandel. Und gerade Seehandel macht natürlich schon was aus hier. Das bringt uns mehr Holz. Wir machen das einfach erstmal, solange wir nicht den Militärpeer bauen können, werde ich mal das zum Handelspeer umbauen, um unseren Wohlstand etwas weiter zu fördern. Die Truppen belassen wir hier erstmal so ein bisschen drauf, bis sie sich regeneriert haben. Eventuell werde ich hier auch noch das eine oder andere, nicht unbedingt herbannen, aber die ein oder anderen Truppen rekrutieren, beispielsweise berittene Plünderer oder die Wolfspelze. Das müssen wir uns noch überlegen. Die sind halt im Unterhalt dementsprechend teurer als unsere normalen Truppen. Deswegen ist das immer die Frage, ob das so viel Sinn macht. Nordische Axtkriegersöldner. Die sehen ja ziemlich nett aus. Axtkrieger. Ich bin sowieso verwundert, dass wir noch keine Axtkrieger haben. Na egal. Das war es erstmal. Wir behalten diese Region, wie gesagt, so lange, bis unsere Truppen regeneriert sind. Wir schlachten sie quasi etwas aus. Für unsere Truppen, beziehungsweise wir schlachten sie so lange aus, bis unsere Truppen wieder fit sind. Und die können sich da ruhig durchernähren. Wir beenden mal die Runde an der Stelle. Ich habe immer ein bisschen Panik, ob ich jetzt speichern soll oder nicht. Ach, wir können auch Fähigkeiten zuweisen. Das ist unser Stadthalter für unsere Hauptstadt. Zwei Fähigkeitspunkte können wir wieder ausgeben. Wir können in Richtung Verwaltung gehen. Das wäre Richter, Integrität, beziehungsweise Korruption würden wir senken. Finde ich jetzt aber nicht so praktisch. Die nächste Stufe wären hier 20% Baukosten weniger. Das nehme ich mit. Und hier wären das Erfahrung des Agenten bei Rekrutierung plus zwei in der lokalen Provinz und Rekrutierungskosten für Agenten minus 30%. Agenten haben wir aktuell nicht so viele, deswegen macht das nicht so viel Sinn für uns, beziehungsweise aktuell. Und ich plane jetzt auch nicht großartig, Agenten zu rekrutieren, weil wir dafür einfach ziemlich weit fernab vom Schuss sind. Einkommen durch Überfall, Einkommen durch Plündern, kommandierte Streitkraft. Wir haben bei denen nicht als Kommandeur drin. Deswegen nehme ich einfach mal Richter, glaube ich. Nahrung 5 durch, äh, Nahrung 5 sind ich aber auch nicht so schlecht. Und wir können noch einen Provinzstadthalter einsetzen für dort hinten. Macht jetzt eigentlich nicht so viel Sinn. Wir können einfach mal Gizur nehmen. Der wird zum Stadthalter. Wunderbar. Ansonsten, Loyalität sichern von Gizur. Der ist aktuell nicht besonders loyal. Äh, versuch die Treue eines Charakters zur Nation zu verbessern, um so die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass dieser abtunig wird. Das wäre eigentlich mal ganz nett. Ah, nee. Dax soll das machen und du sollst bei ihm das mal versuchen. Versuchen wir die Loyalität zu sichern. Als Mission, beziehungsweise als Auftrag. Gizur kann dementsprechend dann weniger machen. Beliebtheit verringern, Loyalität sichern, scheiden. Gelder veruntreuen. Boah, kann er einfach mal versuchen. Oder eigentlich nicht, weil der ist wirklich mehr als loyal, deswegen. Na gut, ich denke mal, das reicht erstmal für den Part. Und wir können hier selbstverständlich noch einen Anlass ausgeben. Und Baukosten minus 10%. Öffentliche Ordnung bis zu 4 durch germanischen Heldentum. Forschungsrate zusätzlich. Das machen wir mal. Wir enden die Runde. So. Londinium wird es wohl nicht mehr so lange geben. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Schade ums Eisen. Ich frage mich, ob wir das reparieren können, das Zeug. Also ich kann sie ja so an sich nicht weiter benutzen. Ich müsste sie ja rein theoretisch sogar umbauen. Das ist ja die Krux an der ganzen Geschichte. Von einem Reichtum wie dem Eure kann mein Volk nur träumen. Nein, ich zahle euch nichts. Habt ihr nicht etwas für uns übrig? Zahlung einfordern. Geht womöglich gerade auch nicht. Das war gerade Skype. Das tut mir leid. Ah, Kaledonien. Ne, tut mir leid. Tut mir leid, Kaledonien. Warum bin ich denn jetzt auf einmal im Skype nicht mehr auf beschäftigt gesetzt? Das ist sehr merkwürdig. Normalerweise bin ich da immer sehr akribisch. Aber dann musste ich das mal eben anders machen. So. Imperium. Unser Imperium-Stufe ist beeindruckend. Weit und breit spricht man von euren Leistungen. Wir können mehr Armeen haben und so weiter und so fort. Wunderbar. Wir verbrauchen mehr Nahrung, als wir produzieren können. Das ist blöd. Loyalität sichergestellt. Macht mächtig. Herrschaft 78%. Hervorragend. Die Treue dieses Mannes wurde gesichert. Er dient ausschließlich euch. Plus 3 zu Gizur. Hervorragend. Das ist ja genau das, was wir haben wollten. Gizur hat jetzt eine höhere Loyalität. Ab plus 3 stimmt ja eigentlich nicht ganz so gut, aber egal. Einflussreicher als der Herrscher. Bitte? Bitte? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, heilen die sich noch? Ne, die heilen sich nicht mehr. Na gut. Da muss ich mit denen mal hier zurück. Und, äh, tut mir sorry, Guys, aber... Warte mal, Reparaturkosten 800? Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Wenn ich die da noch drin lasse in der Runde... Ist trotzdem ziemlich niedrig. Ne, ja. Ich warte einfach noch eine Runde. Wobei ich nicht weiß, ob sich dann irgendwie ein Rebellentum erhebt. Öffentliche Ordnung ist bei minus 42. Gibt es in zwei Runden eine Rebellion. Ähm, dann tut's mir leid. Na? Achso, na gut. Wir geben die Provinz auf. Das passt. Soll ich eine andere die Provinz da wieder aufbauen oder das kolonisieren oder weiß der Geier was? Interessiert uns jetzt erstmal weniger. Wir können unser Holzfällerlager noch ausbauen. Das ist eigentlich gar nicht mehr so eine schlechte Idee. Und wir können etwas forschen. Wir haben die Militärmanöver fertig geforscht. Können dementsprechend... Äh, die Snackjahr-Langschiffe werden dem... Die schweren Marodeure ersetzen. Quasi die leichten Marodeure auf den Snackjahr-Langschiffen. Was ziemlich cool ist. Und prinzipiell auch uns ein gutes Stück weiterbringt. Das finde ich auch gar nicht mal schlecht. Die nordische Brigade ersetzt die nordische Schar. Das klingt auf jeden Fall schon mal besser. Wenn wir uns das mal angucken... Äh, können wir uns nicht so wirklich angucken. Wir können bei Units mal schauen. Ähm, nicht Eastern Roman Empire. Wir sind die Geeds. Chosen Warriors. Elite Nordic Warriors. Hört man, bla 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 bla. Nordische... Nordic Brigade. Nordic Band haben wir jetzt. Und die Nordic Brigade. Die nordische Brigade. Äh, oh. Seekrankheit? What the fuck? Oh, die haben hohen Missile Damage. Also die werfen immer ihre Speer, scheinbar. Midi-Defense 46. Na gut. Ist auf jeden Fall besser. Ist jetzt die Frage, ob ich darauf gehen möchte erstmal oder nicht. Ah, die zwei Runden investieren wir jetzt einfach mal in zivile Forschung. Oh, und bringen das mal ein bisschen voran. Und dann schauen wir mal. Kein Krieger will im Kampf allein dastehen. Sollen wir nicht Schwertbrüder sein und auf einander Acht geben? Na? Na? Ah, 1200 kann ich ihnen aus den Lippen leiern. Äh, leiern. Finde ich aber auch nicht schlecht. 900. Jüten, Jüten, Jüten. Mach ich das oder mach ich das nicht? Jüten. Ich mach es erstmal nicht. Einfach aufgrund der Tatsache, weil ich eigentlich Alabu ganz gerne noch mir krallen möchte. Irgendwann mal. Vor allem in solchen Situationen, wo der einfach mal mit seinem Schiff weg ist. Da würde ich ganz gerne mal rüber und mir Alabu krallen. Es ist nämlich eine relativ simpel oder relativ leicht dazugewonnene Provinz. Die ist nämlich in unserem Kulturkreis. Und dementsprechend müssen wir keine halbe Million zahlen, um die Provinz einfach mal umzukolonisieren oder so. Sondern wir können das relativ simpel machen, indem wir einfach da hinmarschieren. Eure Truppen desertieren, weil ihr sie nicht länger unterhalten könnt. Puss. Ich erwarte eure Befehle. Wie ihr sagt, eure Befehler. Ich sage mal, ich sehne mich nach einem Kampf. Ihr sollt da rein. Ich gehe an Bord. Ja. Halt an die Ruder. Ich verstehe nicht, warum die nicht drauf können. Ich erwarte eure Befehler. Für den Stamm. Natürlich. Irgendwas ist da gerade ein bisschen merkwürdig. Naja, müssen wir mal schauen, dass ich das nächste Runde vielleicht hinbekomme. Ich weiß nicht, was da los ist. Gut. Ich beende die Runde, glaube ich, gleich nochmal, weil wir haben hier gerade nicht viel zu tun. Ähm, wir könnten gucken, dass wir... Ne, großartig noch was rekrutieren würde ich nicht. Ich schaue nochmal im Reichsmenü. Gizur 5 von 10. Ich würde ihm einfach mal aus dem Amt kicken vielleicht. Ich würde mal Gizur aus dem Amt kicken und ich würde mal uns dafür da reinnehmen. Ich kann gerade. Kann ich gar nicht. Nein. Ich dachte, ich könnte uns selber da dieses Amt geben. Ne. Will ich jetzt gerade nicht. Dann wird es Gizur wieder. Ähm, ich dachte, dass ich uns selbst auch als Stadthalter einsetzen kann. Aber das ist scheinbar nicht der Fall. Weil das ist ein bisschen blöd. Dann mache ich es nämlich wieder mit Gizur. Den habe ich da ja schon hochgelevelt. Dann darf der weiter Stadthalter sein. Bisher war das ja auch keine schlechte Idee. Beziehungsweise kein schlechtes Ding. Aber das Problem war einfach, dass der... Dass ich irgendwie einen Loyalitätsmalus bekommen habe, weil er wohl eine einflussreichere Position bekleidet hat. Oder einfach von den Punkten her mehr Einfluss hat. Weil es gibt doch bei den Charakteren ja auch den Einfluss als Punkte. Ähm, dann habe ich das falsch gedeutet. Hier. Da. Den Einfluss. Und da hat er einfach mehr gehabt. Gut. Gizur. Du darfst da wieder rauf. Was ist das? Ja. Wir versuchen jetzt einfach mal Loyalität sichern. Zack. Äh, was haben wir hier? Beliebtheit verringern, Gefolgsmann werden, Gelder veruntreuen, Ehefrau suchen. Die lebt gar nicht mehr. Dann sucht er mal eine Ehefrau, E4. Äh, Heidrek. Vielleicht sollte ich bei ihm dann einfach mal versuchen, den Einfluss runterzudrücken. Und ein paar Missionen mit ihm machen. Gefolgsmann werden. So. Okay. Wir können wieder etwas forschen. Umzäunte Felder. Das kostet drei Runden. Ähm, lassen wir erstmal. Wir gehen derweil mal auf Beherrschung des Geländes. Ähm, Integrität plus 1. Ermittliche Regulierung von nordischen Brigaden. Nordische Krieger. Na, ich gehe darauf. So, wir müssen mal gucken, dass wir unsere normalen Fußtruppen ein bisschen hochprügeln. Ein bisschen besser kriegen. Ziegenstelle nehmen wir auf jeden Fall mit. Und jetzt gucke ich mal, dass ich die irgendwie hier verschiffen kann. Ich verstehe nicht, warum das plötzlich nicht mehr gehen soll. Flotte bereit. Kurs beibehalten. Aha. Was ist das denn? Das ist unmöglich. Das ist mir jetzt aber auch mehrwürdig. Naja, gut. Das war's dann erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's soweit gefallen. Falls ja, lasst mir noch einen Daumen da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, euer Rio. Tschüss. Tschüss.